so wo gehen wir runter was wollt ihr ja dann ready rein let's go okay was schauen wir okay er meint sich doch digga so landen wir mal ich bin verwirrt wer ist lila mann wo du springst hin wir sind bei hazy hab ich das jetzt falsch markiert gehabt oder was war denn los jetzt meine kumpels das ja na klar meine kumpels wissen es digga war damals so salty halt auf also meine anderen kumpels haben es auch damals gemacht gehabt das ding ist wir waren halt so salty auf cscope wir hatten ja damals einen clan haben global gespielt und 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 auf einmal hattest du keine normale runde mehr gehabt wo du dings ohne hecke da warst und da habe ich mich halt so hart aufgeregt ich habe ja cscope geliebt damals und da habe ich halt gesagt gehabt ohne witz dann erst stelle ich mir noch einen account und teste mal die hacks aus weil die hacks hast du ja kostenlos hinterher geschmissen egal auf welcher seite sie waren ja super einfach zu installieren und ich empfehle es keinem zu hacken weil es einfach unnötig ist aber ich wollte damals gucken wie das anti hack system da also von steam funktioniert und ich habe keine ahnung wie viel okay wie viele monate mit hacks gezockt gehabt und ist nicht aufgefallen und das ist halt so traurig und es hat mir dann einfach nur die augen geöffnet und mich also meiner meinung nach bestätigt gehabt ja na klar scheiß cheater im endeffekt bereue ich es schon dass ich es gemacht habe als ich mit freunden gezockt habe also mit in dem sind mit dealbaumgarten oh hier ist es jemand aber im endeffekt bereue ich es auch nicht weil es mich einfach es hat es mir einfach bestätigt es war einfach nur gegen euch scheiße aber gegen randoms war es halt naja ich habe halt auch jede runde gegen hacker gespielt macht sich besser aber es ist ich habe ihn ja ich habe mein erstes das nie gespielt hat maximal silbergold entsprochen ja du mich auch und wenn du nur da bist um hier stress zu produzieren dann kannst du auch gerne gehen dann kann meinen mod die ich auf die stille treffe befördern ich habe damals glaube gespielt ich habe damals auch im clan gespielt gehabt klar wenn man länger nicht mehr zockt oder mit den leuten nicht mehr zocken mit dem man halt früher zusammen gezockt hat dass man dann natürlich nicht gut wird ich habe den boss gekriegt hier ist ein sniper oder easy cat oder easy cat oder easy cat oder easy cat oh shit welche sprache reden überhaupt diese npcs oder diese bots fortmaltisch oder jüte welche sprache reden diese bots fortmaltisch oder gibberish wo so 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 wer hat mich vermisst wir haben dich vermisst digger so ist nun das neue einfach zilka melka zilka melka zilka kommst du gleich rund äh rund kommst du gleich in eine runde rein ja wenn du wie mein guck ich gleich komm und mal einen gegner suchen white ja wenn du ready bist da war eine schwere legion elite was für ein ding schwere legion elite in dem haus ah ist die tot werkschlüssel karte hab ich let's go dann lass mal hier nach unten gehen dann können wir gegner suchen ja so let's go ah hier hast du die karte ja ja zack 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 wochen ist gar oder so dann ist gar hier hier gibt es keins zum waffen aufschiffen ok da müssen wir woanders hin wo sind die gehwagen hier jetzt haben wir hier weg hier ist irgendwo muni 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 wo wir zu gegnern ich weiß wo welche sind ja ich komme hallo hallo aber wie gesagt vom cheaten rate ich jedem ab und ich hatte damals meine lektion gelernt gehabt und wie gesagt ich war eine Zeit war es halt doof dass ich es gemacht habe ich gebe es auf jeden fall zu dass es doof war aber ich war halt damals so abgefuckt von dem game einfach nur weil ich das game geliebt habe dann kamen so viele cheater und es war wirklich ohne witz du hast wirklich monate konntest du da bei CSGO damals cheaten und das ist nicht aufgefallen ja null aufgefallen kommen wir hier hoch mann ich glaube wir müssen zu fuß weiter scheiße auto soll ich vielleicht mal fahren geht nicht kein akku mehr ja ja eingeparkt hier wir können uns das ding hier holen okliokli oh mein gott das sind die wir müssen die töten ich mach mir jetzt mal was zu essen und schnell dusche und dumme ziehen, glaubt so lange bin ich nicht gehauen bin auch ko alles klar ist eine blaues gar hallo wie eine blaues gar nicht lieber die waffe so let's go und die gegner genaht ein auto let's go was anschließen ja ich habe die kontrolle verloren das ist auch noch ein auto oh nein oh es geht ein baum gefahren hier sind die bär noch oh shit oh mein gott was ein loot wow wow das ist ja amazing alter quats hallo hallo ah da ist ding ist dein wagen na gut da müssen wir uns jetzt ein auto teilen ja da kommt der zug ja und hier rechts sind gegner hörst du dich let's go wild komm schon kann man hier auch G-Klasse schafft das oder easy ja locker ja Mercedes-Benz so wir kommen let's go Mercedes oh yeah oh guck mal war noch gar kein auf dem Zug oh shit wow digga lila nascar die nehme ich mit der Zug ist ja richtig schnell ich stehe schneller als der Zug oh mein gott oh mein gott oh mein gott was hab ich dir verpasst nein du ich stehe auf ich stehe auf oh mein ich werde euch erst zum Zug auch ich dachte du schaffst das nein was ist jetzt runtergefahren oh mann der bock mal wieder später ich belastet keine ahnung ich habe keine ahnung ist hier langsam runter musste dafür stehe ich mit meinem namen ich glaube von da was passiert ja was mit einer sniper ist die kaputt oder so echte menschen aber auf ihn und oben ist ein apfel essen noch hoch von oben kommen wir schon mal 116 wissen medica habt schon wird der angreifen ich trinke erstmal noch ein schild zweimal getroffen und die stürmen ich bergte die achtung der war nur greift nicht aber wir gehen runter die runter die mann doch ehrlich ja ja die kommen die kommt die kommt das ist ich habe schon mal wasser 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 zeug ich komme zu euch die kommt zu euch und warum da bei gelasert hier nein pack hier hier der hilft seinen freund warum der er holt ihn doch doch jaja digga ist es einfach das war so scheiße ich kann meine augen selber nicht trauen als erbauen wir sind weg ja oder wurde jemand wieder gut also die kackwaffe hier ist ein dings schild nämlich ja wir müssen los hat jemand noch medica ja ich habe hier kann sie mitnehmen ja habe ich oh ja oh ja das tut gut war ja erste sahne war das noch gar nicht ist auch noch medica ist ja keine zeit hast du jetzt mitgenommen oder ja ich habe zwei stück ich habe mir ist auch alles gut danke der nachfrage gott von wo wird geschlossen ja und da ich habe ich habe mir zuerst mal die zone ja ich schelle nein vor einer und da und direkt bei den wissen das nicht ja in dem haus ja einer ist hier drin was ist hier mit dem schild abgeschaut sehr schön sehr schön so muss es sein sehr schön ab in die nächste runde